So, da sind wir und weiter geht es hier mit Second Son in den Modus Invasion, mein Lieber, ne? Invasion. Invasion. Dann versuchen wir mal, das zu übernehmen. So, Freedom, du bist immer... Ne, du bist 3, du bist auf der anderen Seite. Ah, ich blende Granaten, ich hasse dich, ich sehe nichts. Ich komme zu dir. Der Hubschrauber ist voll laut. Ich sehe dich. Die Führung gehört. Oh, guck mal, wie viele runterkommen. Ah, Mann. Jetzt geht's los. So, ich bin hinter dir, wir stürmen das zusammen. Voll die Party hier. Bist hinter mir, wo bist du? Hier. Da ist schon der Feind irgendwo. Geh weg, na! Ja! Oh, ja. Ziele überprüfen! Oh! 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 ja das ist schon anspruchsvoller modus ja auf jeden fall man merkt das direkt hier ist irgendwie merkt schon siehst du die ganze truppe hinter dem auto chillt und wartet einfach 3 ich mache nix außer hier warten ja ich gehe mal zu k a hallo k a leute wie die da alle warten 150 meter von wir verlieren auf jeden fall ich weiß nicht wie man hier punkte oder gewinnen keine ahnung ich sehe keinen wir werden überrannt was hat er denn da für eine rumme ich bringe vor ich bin einfach erster bei uns ich habe 10 punkte 20 stück gesammelt echt team punkte sind immer gut ich habe hier am dach ich weiß halt nur nicht wie ich diese punkte mache aber ich mache einfach versuche gegen das zu eliminieren jetzt hat mich was erwischt ein paar punkte habe ich auch gesammelt die mit ihren goldenen waffen ich habe einundreich punkte gesammelt aber es hilft irgendwie nix ich muss ich näher an die zone da rankommen und kills machen oder was soll ich nehmen ich weiß nicht jetzt auch nicht so genau auf jeden fall mache ich ja irgendwas richtig finde ich die meisten 10 punkte aber also dann mach einfach so weiter ja aber ich glaube so bringt das trotzdem nix das ist ja unseres warte gibt es eigentlich so eine map wir müssen das ding da irgendwie einnehmen ja dieses dunkle rote ganz im süden denke ich mal hier das ist 400 novas meter fühle ich jetzt so meinen boah ich komme hier nicht raus ich mache kills für kills oh was hat das denn boah 58 boah ich habe gerade so viel kills gemacht das kannst du gar nicht glauben echt ja man ich habe fast locker 6 7 8 hintereinander weggeknallt cool nicht alle nicht alle echt hier also real life gegner aber trotzdem ich versuch da weiter richtung ja ich bin mir auch nöde hin zu kommen aber ist ein bisschen schwer ich bin mir auch gerade ich auch gerade in dem moment wo du das gesagt hast kann doch nicht sein ja ich weiß nicht wie man das sieht und bin näher kommen wir noch nicht auf jeden fall sind wir noch am verlieren sehr gut stufenaufstieg mit der waffe wechsel im magazin alter warte es gibt keine tür ich wollte mal ein bisschen ein bisschen aggressiv drauf ja auf jeden fall ne da merks irgendwie der feind fällt zurück nicht nachlassen so hat sich jetzt die stellung irgendwie anders ja ich bin mal gespannt wenn wir jetzt da ankommen ob da irgendwie was da passiert also wir holen langsam aus irgendwie the dark ribbons aber hier ist nichts los bei denen sehr ruhig feindlicher helikopterschütze im einsatzgebiet der feind hat einen marschflugkörper gestartet ok boah ich bin grad hier dass ich alle kennen kann auf dem heli ich hab aber keine muni mehr weißt du wie man die muni kann wiederkriegt alter von woher ach so da ist schon wieder diese luft unterstützung verbündete drohne online scheiß drohne ja das war doch klar ich hab nur noch ne pistol und töte die grad alle mit der knalle mit der pistolero ja ja ich hab keine ich weiß nicht wie ich waffe finde von wo denn ich bin 130 meter davon entfernt ich bin jetzt fast da das ist glaube ich dieses gebäude diese kirche da ich bin 80 meter ich bin 60 ich war ganz nah in der näher war dann kam irgendwie diese luftunterstützung und die ist immer noch jungen betreten hey ich kann das bereich nicht dahin betreten da steht bereich betreten verboten sonst sterbe ich komisch ne dann ist das vielleicht einfach so überleben oder die leute irgendwie einsammeln wir verlieren an boden ich weiß nicht kann ja ich töte jetzt die ganze gegend ich bin doch immer erster kannst du immer leveln ne ja genau es geht immer voran verbündete aufklärung online verbündete aerosolbomben gestartet das ist quasi eine invasion ja das ist das ja das ist das ja die kommen die ganze zeit hier mit den ganzen helis und ja die kommen die ganze zeit hier mit den ganzen helis und ja ich hab schon wieder keine muni mehr hier sind immer so muni dinge auf der map angezeigt genau na hier zum beispiel irgendwo da muni munition erfüllen ok ich hab jetzt 4610 punkte gesammelt klasse klasse wo bist du denn freedom ah hier in der mitte in der mitte ne wir sind doch immer am verlieren also ok ok ah auf dem dach irgendein sniper ich hab dir schon mal eine kregeräte ich hab dir schon mal eine kregeräte ich hab dir schon mal eine kregeräte ja ne du bist mal lange nicht mehr über den weg gelaufen verbündeter marschflugkörper im anflug tja so kann es gehen ne schwere Panzerwagen sind unterwegs wir verlieren diesen kampf los jetzt vorwärts verbündete aerosolbomben unterwegs ein bisschen komisch verbündeter marschflugkörper nähert sich dem ziel b was sagst du hab grad glaub ich ein schimpfwort gesagt hier also man ein bisschen mag ich das nicht und ich keinen sinn gerade hinterher ist ein bisschen blöd ja aber was heißt entweder die spieler sind so ja ich bin auf jeden fall erster und ich fühle mich schlecht also für 50 warum das das heißt du hast du hast alles richtig gemacht wenn du erster bist die volle panzerbande hier der sank dark dark a rabbit das spiel ist gleich irgendwann auf jeden fall vorbei nur fünf minuten oder was kommunikation auffüllen da ist ja so viele modis hier für jeden was dabei alter geht das hier aber ab feindliche drohne im einsatzgebiet verbündeter überwachungs heli im anflug verbündete drohne im einsatz der sacke ich weiß noch immer nicht welche nummer du bist du bist drei du bist ich bin die nummer drei dann habe ich im jeep immer auf dem sniper Ja, da sitzt ein Sniper. Aber wir scheinen diese Runde jetzt verloren überwarten. Verbündeter Marschluhkörper eingesetzt. So wie es aussieht. So wie es aussieht, ne? Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Niederlage, ey. Mission kompromittiert, wir sind erledigt. Ja, okay. Also wie gesagt, am Meer lag es nicht. Nein. Aber komisch, die anderen. Über 6.000 Punkte, Alter. Ich hab die meisten aus der ganzen Luft. Alter. Selbst die Gegend hatten nicht so viel. Du warst einfach drauf, ne? Das kriegst du aber jetzt nicht mehr weg. Das bleibt jetzt für immer. 31, guck mal wie schnell das geht. Zack, zack. Ja, Mann. Bei dem Modus sowieso. Ja, du bist noch drauf, ne? Hier. Ja, das... Lässt du weiterlaufen? Ne, machen wir abbrechen, ne? Ja. So, genau. Wir machen Pause und sagen danke und bis gleich. Ciao. Bis gleich. Tschüss.